Wir, Fertig, Frenzel und Kollegen, sind bundesweit tätige Rechtsanwälte und Fachanwälte für Verkehrsrecht mit Sitz in Dresden. Durch die Spezialisierung auf das Verkehrsrecht, Versicherungsrecht und Medizinrecht bieten wir eine hohe Fachkompetenz mit langjähriger Erfahrung. Unter anderem helfen wir Ihnen bei der Unfallschadenabwicklung vom kleinsten Auffahrunfall bis hin zu Unfällen mit mehreren Beteiligten, Streit zur Schuldfrage oder auch Schwerverletzten, ebenso im Streit um Autokauf und Leasingverträge sowie in Bußgeld- und Verkehrsstrafverfahren.